Hey, was geht ab Leute? T-Mobile hier. Was geht ab Leute? Wir sind hier in Partainment München und bringen euch exklusiv schon mal das neue Set, Breakers of Shadow Display Opening. Wir sind echt gespannt. Wir machen jetzt ein kleines Battle hier. Wer am besten zieht. Wir haben schon fair aufgeteilt. Ansonsten... Los geht's, oder? Ja, fangen wir an. Mit Ansage, es ist ein Secret-Rail. Mit Ansage, oder? Mit Ansage. Oh mein Gott. Aha, eine sehr gute Super-Rail. Eine sehr gute Super-Rail. Okay, ich habe eine Super-Rail. Scheiße. Warte mal, wie ist jetzt die Idee? 0-0. Wieso? Ich habe gesagt, wir machen dann wer die beste Idee macht, oder? Nein. Das kann man so nicht entscheiden. Natürlich kann man das entscheiden. Nein, Ultra gegen Super und Ink. Was ist das hier für deine Aufteilung? Wenn ich die Idee eh, Mann. Weide doch nicht. Nein, Mann. Weide doch nicht. Nein, Mann. Weide doch nicht. Nein, Mann. Jeder eine Super-Rail? Ja, zum Glück hast du eine Super-Rail. Und sogar noch eine gute, Mann. Sehr ehrlich. Ja, ich auch. Eine Super-Rail-Verspector. Und 0-0.7 ist klar. Ja. Brauch ich. Halt. Drittes Puster. Halt es mal tiefer, Mann. Entschuldigung. Ah, Sturmtrupp. Cosmo Sturmtrupp. Ist das du? Dinorex. Ganz ehrlich, ich ziele hundertmal besser als er. Die ganze Zeit schon, oder? Ganz ehrlich, es steht 3-0 nicht. Liebbrot, Mann. Nein. Falsche. So. Ah, jetzt haben wir mal eine Ultra. Scheiße. Haben wir das? Ja. Der schwarz glänzende Soldat. Einiger Soldat. Ist das du? Scheiße, doch nicht. Ich hab den Augen-Magier. Ich glaub, der ist noch so groß. Das 1 für Tati. Oh, yes, Baby. So, jetzt haben wir das 5. Show me what you got. Oh, ja, Super-Rap. Super-Rap? Das ist die schlechteste Super-Rap-Rap. Echt? Yes! Hast du? Glantin-Prince. Glantin-Prince? 1-1. 1-1, Baby. Sehr gut. Ist der Ultra? Ich dachte, er wäre Secret-Name. Der Ultra. Ja, schon. Ich muss den auch, oder? Ja, Mann. Nichts. Super-Rap. Nichts. Oh, Ariadne. Ja, ja, ja. Sieh, schon viel besser als du, Mann. Ja, schon. Ja, spinnst du. Immer noch 1-1. Ich gewinne schon. Ich bin viel kurzen bei mir, Alter. Ja, Mann. Der Frosch geht auch nicht. Super-Rap. 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 Oh, die Idee. Ich hab... Das ist ja ein... Was? F-I-Bort? Egal. Ah, eine Super-Rap. Keine Ahnung, was das kann. Hast du noch eine Reinhard-Spielung dazu? Ja. Stimmt. So, das nächste Booster. Ohhhh. Ohhhh. Eine Ultra-Rare. Ultra-Rare. Das heißt, 2-1 hab ich wahrscheinlich. Außer du ziehst ein Secret. Oh mein Gott. Secret. Direkt 3-1. Wieso 3-1? 2-1. Secret zählt auch nicht. Nein. Nein. Das erlabert man nicht. Wie kann es sein, dass ich eine Ultra ziehe und gleich hinterher ein Secret? Das geht doch gar nicht mal. Zerstört. Ist wieder eine Super-Rare. Und noch eine Ultra-Rare, mann. Bäm, hab ich dich zerstört. Wenn du jetzt keine Dings ziehst, bist du vorbei. 3-1. 3-1, ja. Egal. Drei Booster haben wir noch. Es gibt aber noch eine neue Secret-Rare. Keine Ultras mehr. Ja, dann hab ich sie. Das heißt, du kannst nicht mehr gewinnen, Tati. Ich hab eine Super-Rare gezogen. Aber gib nicht auf. Secret-Rare! Ah, scheiße. Leider nur eine Super-Rare längst. So kann ich nicht mehr gewinnen. Es gibt nur noch eine Secret-Rare. Ja? Ja, das bringt dich nur noch auf 3-2. Ganz ehrlich? Nein, wenn der Secret-Rare ist Gleichstand. Er hat auch zwei Ultra gezogen. Ja, aber eine Ultra hast du gestochen mit deiner Secret, mann. Ja, wenn er eine Secret-Z geht, dann ich sehe nix. Ja, dann steht es 3-2. Dann steht es auf 3-2. Junge! Oh mein Gott, ich hab eh schon gewonnen. Tati, was willst du noch? Ja, aber das ist doch echt gemein. Tati ist Schachmatt, mann. Ja, aber das ist doch echt gemein, mann. Also, ich verstehe das gar nicht. Diese Aufteilung hier von wegen Dingen. Wir müssen hier gucken, wer am besten Dinge gezogen hat. Sieh mal den Notice. That's the Secret. Oh, yes! Ja, ist auch nicht schlecht. Gewonnen. Ja, 3-2. Okay, ich hab leider... Da kann nix mehr kommen, Mann. Okay, ganz ehrlich, ich hab diese Duell verloren, ja? Aber ich sehe es nicht ein, ja? Ich sehe es echt nicht ein. Ich sehe es nicht ein, dass ich verloren hab, ja? Weil das, was ich gezogen habe, ich spiele stärker, als dass es er gezogen hat, ja? Aber egal. Scheißegal, Alter. Trotzdem gewonnen. Jungs, wie ihr sehen könnt, ja? Gar nicht mal so schlecht gezogen, aus einem Display, ja? Kann man schon was mit anfangen. Zwei Secrets haben wir gezogen. Ja. Hier, das sind die zwei Secrets. Die Ultras sind, was wir gezogen haben. Ist das hier? Die gut, meinst du? Ist egal. Die Ultras, Mann. Ach so, die Ultras? Entschuldigung. Und sonst, alles andere ist Super Rares. Und sonst, hier sind die Super Rares. Kein Twin Twister? Doch, ich hab einen gezogen. Leute, deine sind echt Spielstärker. Also, ich will mir nicht glauben, oder? Das sind unsere Super Rares. Hast du den gezogen? Nee. Hast du die Kröte gezogen? Ja. Oh, yes. Sturmtrop. So sieht jetzt ein Neues. Bist du aus, Jungs? Nach der neuen Verteilung. Ja. So viel Super Rares. Holos könnt ihr ziehen. Eigentlich für jeden Mann sehr gut. Jetzt sind die Decks alle ein bisschen mehr auf Holo gerichtet. Also, wie man jetzt gesehen hat, in jedem Pack war eine Rare drin. Eine Holo. Also mindestens eine Super Rares. Ja. Und, ja. Mal gute, mal schlechte. Ja, das ist ja normal. Ja. Die ist ganz gut. Die ist ganz gut. Die ist ganz gut. Ja, ja. Die ist echt gut. Ansonsten... Den brauchen wir... Wir haben ja schon genug Videos zu dem Set gemacht. Ja, genau. Falls ihr euch ein Display kaufen wollt. Und in der Nähe von München wohnt. Schaut's beim Fontainment München vorbei. Ansonsten werden wir demnächst noch ein paar Displays öffnen. Oder? Man munkelt. Man munkelt. Man munkelt. Man munkelt. Man munkelt. Ansonsten... Leidet nicht. Viel Spaß. Wir haben nur ein Set. Wenn euch unser Video gefallen hat, checkt uns noch unsere anderen Videos ab. Ansonsten Like und Subscribe unten. Kommentiert alles, wenn ihr wollt. Checkt unsere anderen Sponsoren noch ab. Unsere Facebook-Site wird auch immer neu aufgefrischt. Ansonsten... Leidet's nicht.